Willkommen hier zurück bei Let's Play Fable Anniversary. So, wir haben ja hier in der Gilde aufgehört, nachdem wir letztes Mal unsere Mutti gefunden haben. Und dann sehe ich gerade, haben wir auch ein paar Upgrades gemacht. Und ja, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt tun soll. Ich rede einfach mal mit dem Gildemeister. Ihr sollte das Kalistor in Darkwood untersuchen. Das Kalistor in Darkwood, was ist denn das Kalistor in Darkwood tut? Moment. Und aktuelle Quest hier, Angelwettbewerb, Skorms, Kabelle, Büchersammlung, Licht des Tempels. Besucht den Tempel des Lichts im Witchwood und verbindet euch mit dem, was, um Verbindung mit dem Gott Arvo aufzunehmen. Machen wir bestimmt auch nochmal, der Schwert im Stein. Mord, Unerwendung, okay. Verwirrte Händler, Angriff des Attentäters, Durchgang zur Hook-Küste. Okay. Kann ich mich dahin teleportieren? Nein. Aber es sieht interessant aus. Ich würde mich auch gerne nochmal an dem Schwert probieren. Aber ich glaube, das ist dieses Schwert, von dem alle geredet haben. Also erstmal zur Hook-Küste. Das heißt, wir gehen nach Barrows Field und von dort aus geht es dann zu... Ach nee. Fälsche. Taste. Äh, nein, 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 ja. Moment, wie muss ich dann gehen? Ich muss nach Darkwood und dann, okay. Auf, auf. Ach ja, und dann würde ich ganz gerne nochmal meine Waffe wechseln. Und zwar auf das Katana, was wir ja gefunden haben. Das ist zwar von den Werten her, von dem Schaden, äh, Ding schlechter. Aber, ich würde es trotzdem gerne mal ausprobieren. Was ist denn hier? Hier ist eine Höhle. Eine unbeschriftete. Das mag ich nicht. So, ich gucke mal gerade... Äh. Äh. Okay, ich muss also doch da lang. So, aber erstmal will ich... Ach, das geht ja hier gar nicht. Wo war denn das hier? Ausrüstung einfügen. Äh, ich glaube, das hier ist einfügen. Ja. Äh, zu den Waffen. Und das ist mal Ende. Und Ende sehe ich, glaube ich, da oben. Ja. Und dann... Ist das das? Nein, das ist nicht das. Obsidian Großzimmer. Obsidian Katana. Das heißt, minus 38. Ich gucke gerade mal. Der hat 135. 35. Ist natürlich... Ticken schöner. Aber ich würde ganz gerne das hier einfach mal ausprobieren. Verstärken. Äh. Okay. Ich mache einfach mal durchbohren. Klatsch rauf. Kann ich sonst noch irgendwie verstärken? Ja, ich kann es immer noch verstärken. Silber. Kann ich es immer noch verstärken? Vermutlich nicht. Nein. Okay, führen. Gut. So, das wollte ich einfach mal... Will ich einfach mal ausprobieren. Und es sieht ja auch cool aus, irgendwie. Okay. Kommt mir so vor, als wäre ich ziemlich nah ran. Hm. Okay. Weiter. Auf jeden Fall weiter. So. Der ein oder andere feine Lauscher wird es gemerkt haben. Ich bin jetzt auch auf beiden Ohren zu hören. Das, äh... Werde ich mir da erklären. Na komm, wo bist du? Es läuft auf jeden Fall flinker. Nein, also der, äh... Ich habe ja ein bisschen die Technik umgestellt. Deswegen hört man mich jetzt auch auf beiden Seiten. So, aber wir laufen jetzt natürlich weiter zu den nächsten finsteren Kreaturen, die uns erwarten. Was ist denn das hier eigentlich? Okay, aber hier waren wir schon mal. Die Kiste, da habe ich gesehen. Äh... Nope. Nope. So much nope. What? Sehr schön. So, und an den beiden Viechern renne ich jetzt einfach mal vorbei. Auf die habe ich keinen Bock. Niemals. So, altes Kallistor. Da sind wir ja auch schon. Sind wir wohl richtig? Äh... Ja. Ziele. Aktiviere im Darkwood das Kallistor zur Hook-Küste. Ja, genau dort wollte ich hin. Du musst zum Kallistor mitten im Darkwood gehen. Ja, das hast du... Das habe ich mir fast schon irgendwie gedacht. Das Tor geht erst auf, wenn sein Hunger nach untoten Seelen gestillt ist. Yay. Töten. Er ist noch irgendwie eine Zwiebel essen. Nur um auf sich her zu gehen. Ach, hier waren wir doch schon mal. Ich erinnere mich. Na dann kommt, hey, ihr Untoten. Wo seid ihr? Da seid ihr? Ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Ich gebe mein Bestes. Moment. So, ich esse mal kurz was. Au. Scheiße. Ich hasse diese großen Dinger. Die sind einfach... Die brauchen einfach eine Ewigkeit, um zu sterben. Gefühlt. Oh, ich weiß nicht. Oh Scheiße Ich hab ja auch noch einer von hinten Alter wie viele sind denn das? Oh Scheiße Mann So ich trink mal eben was Fuck Es werden immer mehr Unglaublich Ich hab ja auch noch Am besten ist echt wenn man die Viecher hier von hinten angreift Das ist echt am effektivsten Ich hab ja auch noch eine Kann dieses blöde Tor sich nicht mit diesen komischen Kleinfiechern, die so einfach kaputt gehen, zufriedengeben? Aua. Ah. Oh Mann, Spannungslevel over 9000, Alter, Finne. Aua. Was habe ich denn jetzt da unten zu essen? Tofu? So, komm. Come on. Oh. Ich glaube, man kann sich hier echt dumm und dämlich kämpfen. So, komm, einer noch. Du hier. Noch einer. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Das Blöde ist, er hat die Anzeige da drüben ge... Ah, na, endlich. Oh Gott. Oh, Coast. Jetzt musst du die Ruine der Abtei finden. Ich gebe mein Bestes. Sieht nämlich nicht so aus, als wäre hier irgendwas Böses. Aber diese Kameraeinstellung, genau diese hier, die kommt mir irgendwie viel zu nah vor. Die hier viel zu weit, das ist echt unglaublich. So. Es sieht eigentlich voll idyllisch aus. Er erinnert mich so ein bisschen an Risen hier. Ich weiß gar nicht, habe ich das auf diesem Kanal... Ne, das habe ich auf dem letzten Kanal gespielt. Risen. So, Moment, ich trinke mal eben hier einen Trank und esse einen Tofu oder was das ist. Hm, lecker, Tofu. So, hier ist wahlweise noch eine Bar. Ich bin falsch abgebogen, sehe ich gerade. Schön. So, aber jetzt laufe ich erstmal hier zur Abtei. Wie Mutti gesagt hat. Äh. Warum ist das Ding da rot? Hm, die magische Barriere war vorher nicht da. Das erklärt, was ich gerade in der Gilde fand. Wir treffen uns bei Maze. Ich fand ein Buch, das helfen kann. Ja. Auch. Was der